Eben, es gibt einen grossen Unterschied und zwar ist in der Schweiz seit ein paar Jahren der Besitz von Cannabis unter 10 Gramm mit einer BUS bestraft und nicht mit einer Anzeige. Also man wird nicht angezeigt, sondern kommt einfach ein Zettel rüber und zahlt das. Das ist ein grosser Unterschied.